Ich werde Ihnen zeigen, dass Sie tatsächlich in der größten Finanzblase aller Zeiten sind und was das für die Geldanlage bedeuten kann. Blasen sind jetzt nichts Neues. Sie haben sicher die Immobilienblase in Spanien schon was von erfahren. Es gab Blasen wie die Immobilienblase in den USA bis 2006, 2007, die dann zur Finanzkrise führte. Es gab die Blase am Technologiemarkt an den US-Aktienmärkten bis zum Jahr 2000. Es gab die Blase in den 20er Jahren in den USA an den Aktienmärkten. Und es gab natürlich spektakuläre Blasen wie die Tulpenmanie im 17. Jahrhundert oder die Südseeblase 1720. Und all diesen Blasen waren gemeinsam, bisher zumindest, dass sie platzten. Und die Frage ist natürlich, oder die Überlegung ist, wenn wir tatsächlich in der größten Blase aller Zeiten sein sollten, wird diese auch platzen? Ich glaube, es liegt nahe, hier erstmal ein Ja zu vermuten. Und die zweite Überlegung ist natürlich, wie wird das stattfinden? Kommen wir erstmal zur Messung. Was Sie hier sehen, ist die Marktkapitalisierung aller Aktien in den USA, also der Wert aller Aktien in den USA relativ zum BIP, also zur jährlichen Wirtschaftskraft. Diese Kennzahl misst somit direkt, wie viel die Aktien wert sind und nicht indirekt beispielsweise wie das KGV über Gewinne, was sich ja kurzfristig immer schnell ändern kann. Und Sie können sehen, dass in der Spitze, das war 2021, Ende 2021, also vor knapp einem Jahr, die US-Aktien relativ zum BIP über 200% kosteten, damit mehr als zum Ruch der Technologieblase im Jahr 2000 und auch mehr als 1929 der große Crash und die große Depression danach einsetzten, als damals die Blase platzte. Das können Sie hier schön an den Kreisen sehen. Und das ist schon mal ein Indiz dafür, dass in den USA an den Aktienmärkten, dass immerhin die Weltleitbörse, eine Blase herrscht. Wie sieht es am zweiten bedeutenden Sachanlagemarkt aus? Was Sie hier sehen, ist der Blasenindex. Sie nennen dies tatsächlich so von der UBS Großbank. Die kennen Sie vielleicht. Und dieser Index umfasst nicht alle Großstädte der Welt, also China zum chinesischen beispielsweise nicht. Aber er ist insofern interessant, weil er nicht die absoluten Preise misst, sondern verschiedene Kennzahlen, wie zum Beispiel die Mieteinnahmen relativ zum Preis oder umgekehrt und dergleichen mehr. Sie können hier schön sehen, dass verschiedene Städte im deutschsprachigen Raum, nämlich Frankfurt, Zürich und München, ganz weit oben sind im Blasenbereich. Also Immobilien sind zumindest im deutschsprachigen Raum jetzt nicht gerade blasenfrei. Und kommen wir zu einem anderen Markt, das sind die Chinesen. In China gibt es Geisterstädte, wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Städte mit Wohnungen für Hunderttausende. Städte, die aus nachgebauten französischen Schlössern bestehen und die komplett leer stehen. Also in China ist es üblich geworden, Immobilien zu kaufen und einfach ein paar Jahre zu halten, auf Kredit zu kaufen auch oft und dann einfach wieder zu veräußern. Und dieser Kauf auf Kredit, das ist auch ein Merkmal übrigens der Blase, führt einfach dazu, dass durch den reinen Buchungsvorgang, nämlich den kreditfinanzierten Kauf, die Immobilienpreise steigen, die Leute reicher werden, auch wenn sich eigentlich nichts ändert. Und in China führt es eben dazu, dass der Wert aller Immobilien im vergangenen Jahr bei über 60 Billionen US-Dollar lag. Die chinesische Volkswirtschaft ist in etwa so groß, je nachdem, wie man es misst, wie die amerikanische. Und der Wert aller chinesischen Immobilien war etwa doppelt so hoch oder knapp doppelt so hoch wie der Wert aller amerikanischen Immobilien. Und die amerikanischen Immobilien sind bereits ungefähr über 60 Prozent höher als 2006, als die dortige Immobilienblase Platz. Sie sind also auch keineswegs billig oder günstig, sondern selbst in einer Blase. Viel spricht dafür. Und die chinesische Immobilienmarkt ist damit vom Absolutbetrag her gesehen ja einfach die größte Blase aktuell, Peilblase der größten Blase aller Zeiten. Und was Sie jetzt gesehen haben insgesamt ist, dass die wichtigen Sachanlagemärkte, nämlich die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte, beide, wenn man es global sieht, sehr hoch bewertet sind. Wir sind also so gesehen in einer Blase, in einer sehr großen Blase, in einer rekordverdächte großen Blase. Gut, Blasen sind auch von einer Mentalität gekennzeichnet. Das heißt, viele Anlagegüter werden nur gekauft, weil die Preise steigen oder indem es dann stärker gekauft. Ja, wir hatten bei der Südseeblase beispielsweise ein Unternehmen, das an den Markt kam, wo der Geschäftszweck noch nicht mal bekannt gemacht wurde. Das also einfach nicht existierte. Wir hatten in Kuwait, das ist in meinen Augen eine der interessantesten Blasen, 1982 am früheren Kamelmarkt dort. Ja, das ist eine ganz spannende Blase, weil die durch vordatierte Schecks nach oben getrieben wurde, die nie eingelöst wurden oder eine ganze Weile nicht eingelöst wurden. Bis die Marktkapitalisierung in Kuwait 1982 die drittgrößte der Welt war, nach den USA und Japan. Bedenken Sie, was damals Kuwait war. Das war ein kleines, unbedeutendes, also wirtschaftlich unbedeutendes Emirat. Sie können also dadurch auch sehen, wie die Schöpfung von Zahlungsmitteln die Anlagepreise nach oben treibt. Und in Kuwait gab es dann auch eben Non-Valueurs, also Unternehmen ohne jeden Wert, zum Beispiel eine Hühnerform, ohne ein einziges Huhn, das gehandelt wurde und den Preis nach oben getrieben wurde. Und wir haben jetzt auch so ein Asset, nämlich das Bitcoin, oder der Bitcoin, der um 137 Millionen Prozent gestiegen ist. Das muss man sich mal vorstellen, das ist hundertmal mehr als der zweitgrößte Anstieg aller Zeiten, nämlich die Coca-Cola-Aktie. Wobei Coca-Cola ja immerhin das Getränk produziert und manches andere auch, während Bitcoin nichts produziert und zwar angeblich eine Währung oder Geld ist, was aber nicht stimmt. Es ist kein Warengeld wie Gold und Silber, weil es keine Substanz hat. Es ist auch kein Kreditgeld wie unsere Währung, weil kein Darlehensgeschäft dahinter steckt. Schon gar kein Pfand wie eine Immobilie oder so, wenn im Bankensystem zum Beispiel bei einer Hypothek Geld geschöpft wird. Es ist einfach nichts. Und dieses Nichts haben wir fertiggebracht. Insgesamt, wenn man alle sogenannten Kryptowährungen zusammenzählt, auf drei Billionen US-Dollar in der Spitze an Marktkapitalisierung im Vorjahr 2021. Sie können hier den Chart logarithmisch sehen von Bitcoin. Der Anstieg hat sich zunehmend verlangsamt und ist jetzt auf dem Weg nach unten. Mein persönliches Kursziel ist Null. Um das schon mal klar zu machen, Bitcoin ist kein Goldersatz. Damit das hier mal ganz klar gesagt wird. Das ist ein Schneeballsystem, ein Spielschein eines Schneeballsystems. So wie diese Aktien, die einfach keinen Wert repräsentierten in der Südseeblase, eben die Firma ohne Geschäftszweck. Gut, ich hatte schon angesprochen, dass Blasen finanziert werden müssen. Die entstehen nicht, weil Leute irgendetwas kaufen, sondern die brauchen ja auch die Zahlungsmittel. Und diese werden geschaffen. Meistens im Bankensystem durch Kredite. Also als in Spanien die Immobilienblase war, nach der Einführung des Euros, gab es ein Wachstum der Hypotheken. Und gleichzeitig stiegen die Immobilienpreise. Das ist typisch für eine Blase. Das heißt also, das Kreditwachstum korrespondiert mit dem Blasenniveau, sage ich mal, vereinfacht. Und was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, ist die Weltgesamtverschuldung. Also dieser Chart ist in meinen Augen der wichtigste, sozusagen, um den aktuellen Zustand des Finanzsystems zu verstehen. Der Weltgesamtverschuldung, also der Unternehmen ohne Banken, um Doppelzählungen zu vermeiden, der privaten Haushalte und der Staaten weltweit gegenüber dem Weltsozialprodukt, also der jährlichen Wirtschaftsleistung dieses Planeten. Sie können schön sehen, dass bis in die 70er Jahre hinein wir ein Verhältnis von 120, 130 Prozent hatten. Und jetzt liegen wir doppelt so hoch, bei über 250 Prozent. Das heißt, die Verschuldung ist heute doppelt so hoch, wie es in den 70er Jahren war. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil daraus folgt nach meinem Dafürhalten mehr oder minder die grobe Stoßrichtung für die Geldanlage in den kommenden Jahren. Und wie kann man eine Verschuldung global so weit hoch treiben, ohne dass die Schuldner pleite gehen, ohne dass es zur exzessiven Gelddruckerei kommt mit einer Hyperinflation oder Ähnlichem, wie es zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg war in Japan oder Währungsreform in Deutschland. Das ist, indem man die Zinsen nach unten manipuliert. Das haben die Zentralbanken seit 2008 gemacht, im großen Stil, in dem sie Anleihen aufgekauft haben. Was Sie hier sehen, ist die Zinskurve über die vergangenen 5000 Jahre. Erst gerafft bis 1300. Und Sie können sehen, dass der Zins in den vergangenen 600 Jahren, hier ungefähr hatten wir ein Finanzsystem, das ähnlich war wie das heutige. Ja, also da hat sich hier und da was geändert, aber im großen Ganzen wird seitdem gewirtschaftet, wie wir es heute tun. Sie können sehen, dass der Zins immer so bei 4% oder so war, bei stärkeren Inflationsraten auch schon mal höher. Sie können sehen, dass erstmals im großen Stile in den vergangenen Jahren der Zins auf Null und teilweise sogar drunter fiel. Also durch diese Manipulation der Zentralbanken wurden die Schuldner entlastet, weil wir ja so eine hohe Verschuldung haben von 250% zur Wirtschaftskraft, dass die den Schuldendienst leisten konnten. Also auch hier können Sie sehen, dass wir in einem Sonderzustand sind. Um es nochmal zusammenzufassen, die Immobilienpreise sind global gesehen in einer Blase. China, USA, Teile Europas. Wichtige Aktienmärkte, insbesondere die Weltleitbörse, ist in einer Blase. Wir haben den spekulativsten Kursanstieg aller Zeiten. Also auch die Mentalität spricht für eine Blase. Und von der Finanzierungsseite der Blase her haben wir eine sehr hohe Gesamtverschuldung. In Friedenszeiten wahrscheinlich die höchste aller Zeiten. Das kann man nicht genau messen, aber es spricht sehr viel dafür. Und wir haben erstmals Niedrigzins und Negativzins, was auch dafür spricht, dass wir auf der Finanzierungsseite der Blase im Extrem sind. Resümee, wir sind tatsächlich in der größten Blase aller Zeiten. Zu jeder Schuld gehört im gleichen Ausmaß eine finanzielle Forderung, zum Beispiel ein Bankguthaben. Wenn man jetzt die Schulden reduzieren möchte, reduziert man automatisch auch immer das Volumen der Guthaben. Wenn es weltweit viel zu viele Schulden gibt und es nicht mehr möglich ist, aus dieser hohen Verschuldung normal rauszuwachsen, und es ist offensichtlich nicht möglich, theoretisch wäre es möglich, oder nach 2008, mit dem Nullzins oder Niedrigzins oder Negativzins, wäre es noch am ehesten möglich gewesen, weil die Inflation höher war. Es gab ein Wirtschaftswachstum. Aber es gab so viel Neuverschuldung, dass eben kein Herauswachsen aus der Verschuldung gelang. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es kein reguläres Herauswachsen aus der Überschuldung geben wird. Es ist äußerst unwahrscheinlich. Theoretisch ist alles möglich, aber es ist in der Praxis, nachdem es nach 2008 nicht geglückt wird, geglückt war, jetzt erst recht nicht möglich. Gut, dann gibt es die Frage, wie erfolgt erst mal die Entschuldung der Weltwirtschaft? Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Der Standard ist einfach ein deflationärer Kollaps. Das heißt, die Schuldner fallen aus, die Banken fallen aus, die Preise brechen zusammen. Das hatten wir 1929 bis 1932. Und seitdem hat die Politik und die Geldpolitik und auch die Theorie, die ökonomische dazu, einfach auf Inflation umgeschaltet. Also immer, wenn irgendwo sich eine Rezession andeutet, wird die Verschuldung der Staaten nach oben getrieben, greift die Notenbank ein und dergleichen. Oder nicht immer, fast immer. Deswegen können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass eine Deflation auch in Zukunft vermieden werden wird, indem eben salopp formuliert die Druckerpresse angeworfen wird. Und das bedeutet, das ist eine der Triebkräfte für Inflation, wenn man die Geldmenge im Umlauf erhöht. Und wir benötigen, sage ich mal, um vom aktuellen Schuldenniveau auf das der 60er, 70er Jahre zu kommen, eine Verdopplung des Preisniveaus. Das korrespondiert ja mit der Verschuldung. Wenn wir auf einen Schlag 100 Prozent Inflation hätten und ansonsten alles gleich bliebe, dann wäre die Verschuldung relativ zur Wirtschaftskraft natürlich halb so hoch. Das geht natürlich in der Praxis nicht. In der Praxis laufen die Prozesse ganz anders ab. Die wenigsten machen sich, auch in der Politik, machen sich dieser Thematik überhaupt bewusst, sondern sie handeln mehr oder weniger impulsiv. Und wenn wir gute Politiker haben, wird die Inflation zwar sehr hoch sein, nach meinem Dafürhalten, also nochmal deutlich höher in den kommenden Jahren als in den vergangenen, also jetzt bei dem aktuellen Inflationsschub, der in Deutschland auf etwas über 10 Prozent führte. Wenn die Politik nicht von guten Händen geleitet wird, kann halt auch sowas passieren. Das ist Zimbabwe und das andere ist Venezuela. Das ist halt wirklich einfach sehr, sehr viel mehr insgesamt als 100 Prozent Inflation wird. Das ist möglich bei unfähigen Politikern und zu meinem Bedauern sehe ich in Brüssel und Berlin derzeit nicht die talentiersten Politiker am Ruder. Kommen wir zum konkreten Inflationsschub, der ja jetzt begann, wie der konkret begann. Da ist jetzt viel die Rede von den Sanktionen. Wenn man das Angebot von Gas reduziert, ist ganz klar, dass die Preise steigen. Das ist schon klar, aber die Inflation begann vorher. Jetzt wird viel von Lieferketten gesprochen, wegen Corona. Aber der eigentliche Treibsatz war die Geldmenge. Das war auch vorher klar und das habe ich auch entsprechend publiziert gehabt übrigens. Weil die ganze Lieferkettenproblematik hängt ja auch damit zusammen, dass plötzlich extrem viel konsumiert wurde und zwar deutlich mehr. Und woher kam dieser Konsum? Der musste nämlich auch bezahlt werden über das Geld. Was Sie hier sehen, ist ab 2010 in blau die Geldmenge M2. Das sind also kurzfristig verfügbare Guthaben und Bargeld. In Millionen Dollar? Ich denke Millionen Dollar, oder? Sieht so aus. Und in logarithmischer Skalierung, das ist also die Wachstumsrate, wenn sie stabil ist, wie eine Gerade ist. Und ich habe Ihnen diese vorherige Wachstumsrate sozusagen eingezeigt, in grün. Und die war bereits deutlich über dem Wirtschaftswachstum, nur zur Information. Das heißt, bereits hier in den Jahren zuvor stieg ein Inflationspotenzial. Und dann sehen Sie, dass ab der Corona-Krise die Geldmenge M2 um insgesamt etwa 4 Billionen US-Dollar, andere Studien sprechen von etwa knapp 3, aber ich gehe jetzt von der Geldmenge M2 aus, also 4 Billionen US-Dollar, zusätzlich gestiegen sind über den Trend. Und wenn diese Geldmenge vorhanden ist, heißt es noch nicht, dass es eine Inflation gibt. Aber wenn diese Geldmenge in Umlauf gerät, kommt die Inflation. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Inflation kann entstehen, indem wir neues Geld drucken und in den Umlauf bringen sofort, oder indem gespartes Geld in den Umlauf gerät. Und das war nach der Corona-Krise der Fall. Es wurde sehr viel Geld geschöpft, sehen Sie hier, und geriet dann in Umlauf. Und das war die Initialzündung des aktuellen Inflationsschubs, der in Deutschland sehr schön dramatisch ist. Was Sie hier sehen, sind die Erzeugerpreise. Seit 1950. Und ja, hier kommt natürlich mehr hinzu, wie gesagt, auch der Ukraine-Krieg und die Sanktionen und der daraus resultierende Mangel. Aber wir haben hier mit 45,6 Prozent schon eine richtige Hausnummer. Die ist also für Deutschland absolut unwürdig, um das mal so zu sagen. Das würde man eher in aufstrebenden Ländern oder sogar in nicht mehr aufstrebenden oder noch nicht aufstrebenden Ländern vermuten. Wir können ganz klar sehen, die Inflation hat begonnen. Weshalb ist das wichtig? Weil das ein Indiz dafür ist, das ist ja weltweit so, dass auch das Blasenplatzen begonnen hat. Das, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten inflationär sein wird. Wie genau, zeige ich Ihnen noch. Dann komme ich zu dem, was ich schon erwähnt habe. Geld, das geschöpft wird und gespart wird, heizt die Inflation nicht an. Wenn diese Ersparnisse dann in Umlauf geraten, zeitverzögert, kommt die Inflation. Wenn wir 250 Prozent finanzielle Forderungen zum BIP haben, haben wir im Prinzip doppelt so viel finanzielle Forderungen, die in der Wirtschaftskreislauf Nachfrage erzeugen können, als es in den 60er Jahren war. Das heißt, wir haben ein enormes Inflationspotenzial, auch wenn das jetzt nicht alles sofort in den Umlauf geraten kann. Das sind ja auch Anleihen und Pensionskassen und so weiter. Aber wir haben hier ein großes Nachfragepotenzial. Und ich habe hier den Sparvorgang eingezeichnet, den Endsparvorgang, das ist, wenn es in den Umlauf geraten würde. Und jetzt überlegen Sie sich Folgendes. Was hält die Ersparnisse im Stausee, wie ich sage, also auf den Bankkonten? Das ist der Zins. Wenn der Zins hoch genug ist, und das bedeutet Größenordnung, Inflationsrate, haben die Sparer keinen Anlass, ihre Gelder abzuheben. Wenn er unterhalb der Inflationsrate liegt, ist es rational, die Ersparnisse auszugeben und langanhaltende Konsumgüter, sei es Watschpröver, auf Vorrat zu kaufen, weil man dann einfach mehr davon hat. Das heißt, und hier kommen wir wieder zum Schuldenstand, die Zentralbanken müssten, um die Inflation abzuhalten, den Zins auf das Inflationsniveau heben. Also in der Eurozone mindestens 10%, in den USA 7-8%. Das bedeutet aber der hohe Schuldenstand umgekehrt, dass das die Wirtschaft natürlich komplett überfordern würde und auch die Staatshaushalte, die dann ihre Schulden nicht mehr bedienen könnten und wahrscheinlich sofort selbst wieder mit der Druckerpresse anfangen. Das heißt, der Schuldenstand ist nicht, wie viele Ökonomen behaupten, etwas Neutrales oder irrelevant, weil es ist ja in der eigenen Währung, man kann sich immer rausdrucken und so weiter. Nein, er ist von Relevanz. Weil sobald die Inflation einsetzt, kann sie nicht mehr bekämpft werden. Und kommen wir jetzt zu, was bedeutet Inflation konkret für die Geldanlage? Das ist jetzt eine Kurve, wenn Sie 100 Euro haben oder was auch immer für eine Währung bei verschiedenen Inflationsraten, wie der reale Wert sich entwickelt. Sie können sehen, bei 1% ist nach 5 Jahren noch fast alles vorhanden. Also es ist grob die offizielle Inflationsrate, die wir zuletzt hatten. Bei 7% geht es schon nach unten, bei 15% geht es rasch nach unten und bei 50% ist nach 5 Jahren fast nichts mehr da. Und so weit ist das nicht. Die Türkei hat irgendwie zum Beispiel Raten um offiziell 85%, inoffiziell wahrscheinlich über 160% oder so. Schwankt sehr stark. Also da kann man schon hinkommen und dann sind die Ersparnisse weg, machen Sie sich das bewusst. Dann sind Ersparnisse auf Bankkonten einfach weg. Und sei nicht mehr schleichend, das geht dann doch ein bisschen schneller. Und die Inflation, um auch das zu sagen, wird natürlich schwanken. Die wird jetzt nicht von 7 auf 10 auf 20% steigen, sondern es gibt Gegenbewegungen. In den USA können wir die bereits sehen. Auch die Geldmenge M2 zum Beispiel ist vom Wachstum auf 0 und sogar leicht ins Negative gerutscht. Also es wird Gegenbewegungen geben, aber rechnen Sie nicht damit, dass die Inflation wieder auf 2% zurückfällt und wir dann für viele Jahre das hatten, was wir in den 2010er Jahren hatten. Sondern es wird in Wellen mit der Inflation nach meiner Einschätzung nach oben gehen. Was bedeutet das für die Aktienkurse? Wir sprechen ja von der Blase. Was Sie hier sehen, ist die letzte große Inflation sozusagen in den USA. Wie die auf den S&P, also den US-Aktienindex, gewirkt hat. Und das ist der inflationsbereinigte Wert der US-Aktien. Und Sie können sehen, dass der sich mehr als halbiert hat damals und dass es 20, 30 Jahre gedauert hat, bis die Kurse dann wieder erreicht wurden und dann überboten wurden. Das ist auch jetzt keine unrealistische Zeit. Also Aktien können 20, 30, 40 Jahre inflationsbereinigt Ihnen keinen Ertrag bieten. Stellen Sie sich darauf ein. Viele können das nicht glauben, weil wir 40 Jahre Hose hatten. Aber das ist möglich. Das hatten wir auch im Japan nach 1989 bis heute auch Verlust. Und hier zeige ich Ihnen eben, dass es inflationsbereinigt die Kurse halbieren können. Also die Blase kann auch inflationsbereinigt verschwinden, ganz einfach, weil die Konsumentenpreise steigen. Da waren natürlich auch reale, nominelle Kursrückgänge dabei, wie wir es auch jetzt erleben, seit Ende 2021 am Aktienmarkt, aber eben auch nominell. Also eine Blase kann durch Inflation platzen. Und die Inflation damals war übrigens geringer als das, was uns bevorsteht. In den 70er Jahren war auch das Schuldenniveau halb so hoch. Also ich rechne mit einer deutlich stärkeren Inflation, die viele Jahre andauern kann, bis unser Schuldenniveau wieder auf so einem Stand ist wie in den 60er, 70er Jahren. Gut, jetzt kann man mal allgemein, wie sich die Werte entwickeln bei Inflation. Das hier ist eine akademische Studie über 100 Jahre in den USA. Wie haben sich während Inflationsphasen annualisiert die verschiedenen Anlageklassen entwickelt. Sie können hier sehr schön sehen, dass die diversen Aktien, wie Technologieaktien und dergleichen mehr in diesen Phasen an Wert inflationsbereinigt verloren haben. Anleihen auch sowieso, Immobilien auch. Und gestiegen sind Goldminen, die ganzen Rohstoffe, Basismetalle, Energierohstoffe, Agrarrohstoffe und natürlich Gold. Die Studie geht über 100 Jahre, da war Gold fixiert die meiste Zeit. Sie können ruhig damit rechnen, dass die Edelmetalle stärker steigen werden in der kommenden Inflation. Einmal aus dem eben genannten Grund und zum anderen, weil die Inflation, mit der Sie rechnen können und die ja bereits eingesetzt hat, höher sein wird als dieser Wert. Ich glaube, die haben 5% Schwelle genommen, wenn ich mich recht erinnere. Gold und Realzins. Unten sehen Sie die inflationsbereinigte Rendite eines Sparguthabens, also die Verzinsung minus Inflation. Also wenn die rote Linie unten Plus ist, dann haben die Sparer inflationsbereinigt einen Wertzuwachs. Wenn sie negativ ist oder eben seitwärts ist, dann lohnen sich Ersparnisse kaum. Und da Gold keine Rendite abwirft im Unterschied zu Aktien, Immobilien oder auf festverzinslichen Wertpapieren, ist es sozusagen Gold interessant für Anleger, wenn die Realverzinsung niedrig ist. Des Weiteren ist der Grund, weil Gold das Gegenstück ist und zwar das Einzige, also die Edelmetalle sind das Einzige direkte Gegenstück zu den Währungen oder zu währungsbasierten Geldanlagen. Sie sind nämlich liquide, sie können nicht ausfallen, das ist ein Unterschied zu den Währungen, also es gibt keine Bankenpleiten, sie können nicht für wertlos erklärt werden, sie können nicht beliebig vermehrt werden durch Inflation und dergleichen mehr. Und im Unterschied zu Aktien und Immobilien sind sie eben fungibel, sie können sie transportieren, ganz leicht und so weiter. Deswegen sind die Edelmetalle das Einzige Gegenstück zu den Währungen und wenn die Währungen sich zerrücken durch Inflation oder durch negativen Realzins, dann steigen eben die Edelmetalle. Das ist eine eigene Anlageklasse. Gut, Sie sehen hier ab 1970 den Goldpreis in logarithmischer Skalierung, also prozentuale Bewegungen haben immer die gleiche Längenswirkung auf der Y-Achse. In den 70er Jahren hatten wir zwei Inflationsschübe, die relativ schnell abliefen. Aktuell haben wir den ersten, der noch nicht sich auf die Edelmetallpreise ausgewirkt hat. Was aber entscheidender ist, ist eben der Realzins. Und den hatten wir ab 2001 bereits bei niedrigen Zinsen und niedriger Inflation oder bei Nullzinsen immer wieder negativ und da hatten wir den ersten Goldpreisschub. Nach meinem Dafürhalten steht der zweite eben jetzt an und wird auch viele Jahre dauern. Also nur um Ihnen die Dimension klar zu machen, das Ganze dauert. Das ist nichts, was jetzt in nächsten Wochen sozusagen vorüber sein wird. Sie sehen hier das Verhältnis des Goldpreises zum Silberpreis pro Gewichtseinheit. Das heißt, wenn dieses Verhältnis tief ist, ist Silber relativ teuer zu Gold und wenn das Verhältnis hoch steht, ist Silber günstig relativ zu Gold. Und Sie sehen es in logarithmischer Skalierung auch wieder, damit die prozentualen Entwicklungen ähnlich aussehen. Und ab 1970. Und das Verhältnis ist aktuell recht hoch. Das bedeutet, dass Silber relativ zu Gold günstig ist. Sie sehen auch zwei Phasen, die ich mit Kreisen eingezeichnet habe, wo sozusagen ein Peak nach unten war oder des Silberpreises nach oben, nämlich 79, 80 und 2011. 79, 80 sind wir auf etwa 15 gekommen und 2011 auf knapp 30. Das heißt, vom aktuellen Niveau würden wir wieder 30 erreichen, würde Silber prozentual mehr als doppelt so stark steigen wie Gold und ich rechne mit einem sehr starken Goldanstieg, also einer Vervielfachung und beim Niveau von 1980, wenn das wieder erreicht würde, würde Silber mehr als viermal so stark steigen prozentual, wie Gold das nach meinem Dafürhalten sehr stark steigen wird in den kommenden Jahren. Und die Begründung dafür, wieso Silber sozusagen am Ende insbesondere einer Edelmetallhorse nochmal richtig zulegt, also davor sehen wir Schwankungen und wir werden hier auch schon eine stärkere Steigung sehen, aber am Ende richtig stark, liegt ganz einfach daran, weil Silber in einem viel höheren Maße Verbrauchsmetall ist als Gold. Gold wird zu Anlagezwecken viel stärker genutzt. Also die Bestände an Gold, die wir relativ zu den Umlaufgrößen wie Produktion und Verbrauch haben, sind ein Vielfaches der Jahresproduktion, weil sehr viel Gold in Tresoren liegt. Das ist bei Silber viel geringerem Maße Maße der Fall. Das heißt, wenn eine Edelmetall Hörse kommt und die Preise steigen und steigen, gibt es bei Gold irgendwann zunehmend Gewinnmitnahmen und das bremst den Goldpreisanstieg ein. Bei Silber gibt es diese Gewinnmitnahmen viel geringerem Maße, deswegen wird der Anstieg weniger eingebrannt oder Silber steigt prozentual stärker. Also, weil die Kurve gerade, weil das Verhältnis so hoch ist, ist jetzt ein interessanter Verkaufzeitpunkt für Gold und der optimale Verkaufzeitpunkt, den wird man in der Praxis nicht auf den Tag erwischen, für Silber, den wird man nicht erwischen, ist, wenn wir wirklich in eine Euphorie hineingeraten und die Preise quasi explodieren. So wie es 2011 war bei knapp 50 Dollar. Wie ist die aktuelle Situation saisonal? Was Sie hier sehen, ist der saisonale Verlauf des Silberpreises errechnet über die Erträge der vergangenen 54 Jahre. Ja, es ist also kein normaler Chart, sondern er zeigt Ihnen, wie Silber im Jahresverlauf steigt. Sie sehen hier, ab Mitte Dezember bis Ende Februar fand historisch gesehen in den letzten 54 Jahren praktisch der gesamte Silberanstieg statt. Das heißt nicht, dass es in einzelnen Jahren anders war und das heißt auch nicht, dass es in der Zukunft genauso sein wird, aber es spricht sehr viel dafür, dass es hier starke fundamentale Gründe gibt, weshalb Silber gerade ab Mitte Dezember bis Ende Februar stark steigt. Das bedeutet konkret für Sie, wenn Sie Silber kaufen wollten, dann warten Sie bitte nicht bis Ende Februar. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann teurer ist, ist einfach gegeben. Ja, also wir haben aktuell einen saisonalen, guten Kaufzeitpunkt, können Sie nur ermutigen, Ihr Silberengagement nicht zu untertreiben. Ich denke, das ist eine sehr aussichtsreiche Anlageklasse und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist ein kürz und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist ein kürz Untertitelung des ZDF, 2020